moin leute hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge banished mal wieder mal leer passiert ich dachte mir ich probiere mal wieder obs aus der sound da den die einstellung habe ich auch deutlich besser hinbekommen als bei diesem programm hier das heißt dahingehend war es auch echt schöner und die bildqualität war glaube ich auch echt ganz gut ja allerdings nach einer halben stunde aufnahme ist das ganze ding dann durch die decke gegangen ja was ist so so gemacht haben so richtig viel war es tatsächlich sowieso nicht wir haben das hier gebaut eigentlich wollte ich eine da wollten wir eine townhall bauen aber ich war mir dann unschlüssig wo und dann provisorscheid gesehen dass es noch etwas kleines gibt und dachte mir ja gut als townhall dass das kacke aber später als deko ist noch ganz gut aus und da haben wir uns dann mal so ein bisschen die daten angeguckt was es so gibt und das thema rope sind wir angegangen wir hatten das ja mal gewechselt auf reeds festgestellt haben wir robes produzieren wir jetzt das funktioniert also nur hier werden noch keine hull components produziert das symbol kommt immer wenn zu wenig reads da sind was relativ viele sind die man für einen robe braucht ich kann mir vorstellen dass deswegen das mit dem flachs nicht hingehauen hat aber flachs ist halt auch deutlich seltener von deswegen ist das so schon eine gute option ja und leute die sich fragen was weiß er gecrasht ist und das hier dann noch steht ich habe einfach ein auto safe stand genommen da war das noch mit bei ja und genau hier ist aber das problem ich habe es mal close ausgewählt weil bei leiden ist nichts passiert und bei close aktuell auch nicht ja wir ein bisschen unsicher ich habe hier jetzt mal close damit hochgestellte der hier noch mal close seinen close erstellt vielleicht müssen dass die sein i don't know müssen wir noch ein bisschen abwarten bei dem hier hat es ja mit abwarten auch geholfen falls nicht müssen wir dann noch mal gucken was wir machen dann müssen wir gucken dass wir auf leinen irgendwie gehen vielleicht leinen produzieren ich denke mal dass wir aus lachs irgendwie leinen herstellen können würde würde zumindest sinn machen gesagt abwarten erstmal gucken ob sich so vielleicht was tut da haben wir noch überlegt wie könnte man ja hier eine große kirche hinhauen würde zwar ultra viel stein fressen aber ferne option und ja genau wie gesagt dadurch dass wir die daten natürlich gegangen sind also vielleicht können noch zu erwähnen hier sind jetzt schon fünf vollkommen ist drin das liegt daran dass wir noch mal drei gekauft haben beim trader da war die waren nicht so teuer haben wir so viel food da haben wir das einfach mal gemacht genau und hier war ganz interessant dass man welche man generell mal seine overview und wie viel arbeiter man von was hat und wie viel jobs es dafür gibt da kann man auch gucken ob es passt was dann eingestellt hat oder nicht beispielsweise haben wir jetzt hier drei bilder aber theoretische fünf jobs das liegt daran dass die baustelle für fünf bilder ausgelegt ist dass da fünf dran mitarbeiten können dann haben wir hier dieses production da sehen wir einmal was unser limit ist was wir aktuell haben was gebraucht wird aktuell und was aktuell produziert wird und dann haben wir noch mal so ein jahresüberblick im letzten jahr wurden beispielsweise 511 loks verwendet aber 624 produziert beim essen wurden zu 13.000 verbraucht und ein bisschen über 14.000 produziert ja haben wir da einen kleinen überblick haben wir einmal generell unser inventory mit allen sachen aus allen lagerhäusern das ist ganz gut weil wir auch heute mal geguckt haben wir haben wir das und das wie viel haben wir durch alle durchgeklickt also das könnte schon praktisch sein vor allem auch hier so building supplies muss nicht alles durchklicken und zu gucken ja kann ich jetzt das upgraden oder nicht oder ja jetzt wissen wir werden sonst viel herbst und so viel tee oder ich glaube das ist alles was in den lagerhäusern ist oder hier wie viel roggen haben wir noch und 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 dann haben wir hier noch grafen von wegen mit der population jetzt innerhalb dieses jahres was ist da passiert kaum eine veränderung minimaler anstieg in adults die gesamtpopulation minimal wir haben so ein bisschen hoch und runter um 12 ja die studenten gehen halt hoch und da und schildern auch nicht schildern sind aber ziemlich stabil graf population hier gibt es halt noch mehr so citizens sind die educated angezogen gesund wie ist die happiness bin es das schlechteste von allen aber es ist auch noch in einem guten bereich würde ich sagen ja educated sind 100 prozent deswegen der geht oben komplett lang denkt man bei den clothes ist das so dass die klamotten immer mal abnutzen sowie tools und dann müssen sich erst mal wieder neue holen und deswegen hat man das manchmal das hier so ja tatsächlich mal ein paar mehr nicht angezogen sind obwohl wir fast 200 klamotten haben natürlich auch interessant das wäre jetzt mal weil wir haben 34 jahre schon hinter uns so 50 gucken dass alles dabei was für einen food anstieg haben bei der publikation ist auch interessant relativ hoch gestartet auch schon ja klar dann sind wir gut hoch gegangen sich erst mal eingependelt und seitdem hatten wir seit dem punkt hier haben eigentlich die ganze zeit eine relativ konstante linie nach oben gehabt bis auf einmal dieses treppchen aber ich denke mal jetzt da wir keine neuen häuser gebaut haben muss auch erst mal wieder flachen und es ist auch interessant dass obwohl die gesamtpopulation die erdels stark steigen die studenten also die schüler und kinder relativ weit unten bleiben ja das minerals es geht halt hoch und runter je nachdem wie man die leute los schickt oder nicht tools genauso zwei man gesundheit ja der man dies ganz gut ist echt sehr gut klamotten auch einmal runter gegangen wenn man anstieg wenn wir erstmal wieder hochgestellt haben dass wir mehr klamotten haben wollen in der im lager ja dann haben wir hier nomads they are no nomads requesting citizenship at this time okay das heißt nomaden können sich irgendwie anschließen und man kann es erlauben oder nicht was wir so an trade items haben oder generell getradet haben wahrscheinlich ja ja das kommt ziemlich gut hin das ist so ja ich sag mal der überblick deswegen also eine town hall finde ich jetzt schon relativ interessant aber das ist auch schon mal ein guter point of alternative da kommt auch schon der nächste trader wir haben viele lamber das ist auch der grund weshalb ich wenn es im winter mal knapp werden sollte einfach den umswap der produziert relativ viel dann noch zusätzlich an firewood dann sind wir da auch wieder gerüstet agarben zieht dress code bis und cut okay tinware corn risky ginger ja ich glaube diesmal train wenn man nicht jetzt nichts bei wenn ich sagen würde geil her damit genau und will bei den kirchen hatten wir überlegt klar es gibt hier diese diese old church könnte man aber die abby auch nicht wenn dann wäre das noch eine central church ach guck mal wenn man jetzt rauszoomt der umkreis ist riesig das heißt wir könnten die hier hin bauen und hätten fast alle heuer salves auf die hier hinten drin oder wir bauen sie hin und dann würden die hier fehlen ähm also das ist schon riesig allerdings weiß ich noch nicht so ganz wie ich das mit der treppe finden soll das passt schon aber ja dann gibt es noch die ganz normale church passt halt auch nicht so richtig aber das ist ja immer in einem stadtbild passenden kirche irgendwie nie so 100 prozent dann irgendwie so hinsetzt und wenn wir hier nochmal rauszoomen die hat auch einen großen kreis ein bisschen kleiner da fehlen so hier hinten das eine haus ist halt nur halb das hier sind ja eh produktionsgebäude ja fehlt halt ein bisschen aber ich glaube das ist okay und wenn man nach oben guckt da haben wir noch ein ganzes ganzes stück wasser voll bauen können und hier hinten kommt dann wenn wir weiter bauen einfach was kleines hin oder nochmal so eine ja das ist auf jeden fall das ist aktuell die frage bauen wir die oder die andere wir hätten ja genug steine da dann wäre aber echt viel weg aber das wäre schon mal das wäre mal was richtig krasses vielleicht setzen wir die auch einfach hier hin ich hoffe die Hintergrundgeräusche sind aktuell nicht zu schlimm wenn ja dann entschuldige ich mich dafür aber ja aktuell kann ich da leider nicht viel dran ändern gut wir überleg ob wir die jetzt einfach mal so setzen und den weg da bis hier hin nach unten die drei drei vier spots drei lassen wir einfach und da setzen wir dann kann auch pflanzen oder sowas hin ja dann haben wir mal was richtiges hier stehen ähm ja drei bilder reichen hoffentlich wie viel könnten da arbeiten sechs ja das meiste ist ja eh geschleppe und dafür haben wir laborer also alles cool oh das war jetzt blöd ähm da was hatten wir so da bin ich mal gespannt wie lange das überhaupt dauert und da das viel stein kostet dachte ich mir auch gleichzeitig das ist gar kein stone aber ein bisschen können wir noch mal ein bisschen sammeln warum nicht eigentlich so ein brocken mitten in der ortschaft weg damit das brauchen wir ja hier wird auf jeden fall gut gehackt jetzt haben wir da eine freie fläche das ist doch schon mal ordentlich wird hier wahrscheinlich auch ordentlich was eingelagert das ist doch gut so das kann dann direkt wieder hier hin mal sehen wenn es los geht ich hatte dann auch überlegt guck mal jetzt haben wir nämlich das hier wir können beim inventory gucken und wissen wie viel bricks wir insgesamt haben 183 das hatte ich nämlich überlegt ob man da nicht einfach wieder äh brick 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 dass man hier eine brick road einmal drum herum setzt also stone wäre natürlich passender aber stone ist auch ich würde mal sagen teurer also ich habe das gefühl stone produzieren wir nicht so gut nach als dass wir das nutzen könnten vor allem weil wir jetzt 280 raushauen 100 sind schon drin 28 davon klar noch kein iron weil das alles auf der anderen seite rumgaukelt ich bin gerade ein bisschen verwirrt haben wir hier nicht da ok da ist schon ein Teil vielleicht da ein bisschen hier ein bisschen wir sind ein bisschen verteilt wir sind ein bisschen verteilt so ja stone brauchen wir halt auch noch ein bisschen ich denke mal das holen die auch viel von da drüben jetzt aktuell würde ich schon sagen eine brücke hier rüber wäre nice ich denke dass wenn die hier so gehen das schon kürzer ist als der weg außen rum oder halt einfach hier so einmal quer durch schön hier zwischen den häusern eine straße einmal genau hier rüber wäre auch ok dann können die so zack wäre super die abkürzung also hier ist halt gut für alles was da ist auch gut für das da ist aber das könnte man halt abkürzen ja da kann man könnte man ja mal eine andere brücke hinhauen zweimal macht er nicht ja gut und dann von da nochmal also wäre schon ordentlich aber es wäre gar nicht so viel schneiden könnte man eigentlich mal machen genau genau hier so dann den weg dahin dass das hier mit passt so da wäre doch was alternativ würde auch so gehen ja mal gucken auf jeden fall dass das ein bisschen mehr bebrückt ist und ein bisschen schneller geht glaube ich auch gut aussehen wenn wir mehr als nur eine Brücke haben dann stellt euch mal vor wir hätten so eine Stadt die auf zwei Flussseiten ist und dann geht die eine Brücke die es gibt kaputt und es gibt nur diese eine das wäre schon schlecht ich denke mal das dauert ein bisschen bis es fertig ist aber 40% haben wir schon geschafft da ist dann noch kein Iron da immer noch keine Holy Components wir können aber nebenbei mal eben deluschen dann gibt es irgendwo so eine Art Fertilizer Brot auf der er ist schon mal gewillt es das aufs testen aber wie soll Stein Renewal. Ja, kann man mal irgendwann austesten. Flux Gatherer. Stone Textures Garden Wall Stables. Stable is used to generate Fertilizer. Aha. Interessant. Ich würde sagen, das ist was fürs nächste Mal. Wir warten erstmal ab, bis unsere Kirche fertig ist. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Taut rein. Tschüss.